ARD Text im Auftrag von Funk Und ja, also es hat mich leicht gewundert, also ich war leicht verwundert, so muss ich sagen, ähm, und hier würde ich sagen, ich melde mich mal an und dann zock mal leicht eine Runde, bis gleich. Und hier sind wir wieder und offenbar muss ich mich gerade neu annehmen, weil ich das Spiel zuerst mal auf Steam starte und, ja, als ich das Spiel auf Steam kann, das wir haben können noch ein anderes Mal erklären. So, wir nehmen jetzt einfach in Green, ja, von mir was, was wir machen, äh, dann spielen wir einfach an, ja, äh, schlafen wir auch nicht. Runter damit, runter damit brauchen wir jetzt, dass ich hier kriege, nicht mehr brauchen wir. Ja, das war mal an, also ich weiß nicht, was sowas. Ähm, ich finde ich gerade auch, ob das irgendwie, was sagen wir mal, von Goal-Sachen, aber das ist ein Spiel auf Deutsch, das ist eigentlich nicht. Ähm, typisch. Auch die Mitte. Was ist der neue Mitte? Wir kommen auf das Hilfstel. Ähm, ich weiß nicht. Oh, es geht so hoch. Deut! Was ist das? Ja, das soll schon besser sein, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir alles, wollen wir nicht, doch das wäre eigentlich geil, ähm, ja, also sie haben auch ein bisschen was gemacht, ähm, ja, es wird schon nicht probieren, so, jetzt sind wir mal Level Null, wir kriegen mal Level für mich, dann sind wir da, schön, ziehen wir mal an, um es aufgenutzen, ja, also, äh, Leute, ich wollte mich jetzt ernsthaft mal bedanken, ja, so, so, bisschen was auf meinem Kanal anspere, ähm, nein, natürlich nicht, ich wollte mich jetzt erst mal nur, fuck mich bedanken, äh, bedanken dafür, dass wir die 200 Abos erreicht haben, ja, und, ja, das ging verdammt schnell, und jetzt auf einmal so eine Zahl mit 2 Null und mit 2 vorne, ist schon okay, ne, ähm, ja, danke dafür, und, es werden wahrscheinlich jetzt auch mehr Videos kommen, weil, es kommen ja letztlich schon mehr Videos, äh, was mir Bock macht, weil eben so viel Feedback da ist und weil eben neue Leute dazukommen, ähm, ja, ich habe mir auch vielleicht überlegt, äh, überlegt, ja, also, ich werde das jetzt wahrscheinlich machen, das jetzt unten hier eine Abstimmung ist, ich kann vielleicht auch den Link irgendwie so da rechts oben jetzt oder sowas, äh, einfügen, aber mal schauen, ähm, okay, auf jeden Fall ist das jetzt irgendwie das gleiche, ähm, auf jeden Fall wird da eine Abstimmung sein, welche Spiele denn so, oder, beziehungsweise, welche Spiele ihr denn so schaut, und was ihr davon schaut, das ist, würde mich brennend interessieren, das schaut extrem komisch aus, was ihr euch denn da eingestellt? Alter! Wollen wir, Leute? Das ist mir, ich kann gerade eine Grafik sehen, wenn ich update, dann ist das so eine Art Challenge, und dann ist das so eine Art Challenge, ähm, ja genau, da wird jetzt die, äh, Abstimmung kommen, was ihr denn so schaut, das ist jetzt keine Abstimmung, das ist mehr oder weniger, nur eine, äh, ähm, ja genau, da wird jetzt die, äh, Abstimmung kommen, was ihr denn so schaut, ich würde mir nicht bescheid weiß, was ihr denn so schaut, öfter nicht, 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 ähm, muss ich uns so schaut, damit ich auch weiß, was ich denn so bringe, ich sehe es zwar eh an den Aufrufzahlen, aber, trotzdem, ach, schnell respawn können wir uns können, äh, ja, und das ungefähr nicht, äh, ist das dann mit, äh, Skill jetzt auf, auf� Seemis, da bin ich jetzt gar nicht grad, gar nicht sicher, das haben sie ja, glaub ich, alles angesagt, zum Beispiel, wisst ihr das jetzt nicht, kann ich allen auch sehen, wie ihr gesagt wurde, ich find's eigentlich auch geil, weil man hat man das einfach so in der Bibliothek, und das wird dann auch auf den Desktop gehen. okay, öfter nicht, ähm, ja, 11.1 läuft damit, Wurde ich mit Steff. Das ist alles, das Spiel ist seit A-Dig-Pretten. Warte. 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 Ähm. Ja. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ähm. Ich hab's gewonnen. Sorry, dass ich jetzt gerade wieder so wenig am Raiden bin. Ich hab's gewonnen. Fuck me. Boah. Das ist gut nix. Ähm. War low von mir. Auf jeden Fall ist jetzt halt... Skill of Steam. Und... Da gibt's DLCs. Äh, apropos, das hab ich von... ...dem Endrex erfahren. Meinem Informanten. Mein Spaß. Äh, viel, viel Dank dafür die Information. Ich hab's jetzt nicht gemerkt. Aber wir schauen uns auf 7er. Ob's da... Skill gibt. Wär jetzt so ein wenig... Zufall. Weiß jetzt nicht, wo er... Er ist. Ich dachte, dass... Ich hab's jetzt immer so nennen zu bleiben. Das ist einfach... Warte. Ähm. Warte. 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 Oh Gott. Boah, war das Schlicht. Schlicht der. Ist ja richtig schlicht. Ist ja das... Die Spiels, ne? Fakt ab. Sorry, wenn das echt scheiß ist. Aber... ...warte mal aufnehmen. Ich weiß, dass... Es geht mir nur scheiße gerade, aber naja, es geht immer scheiße. Das macht den Kanal aus. Also würde das auf jeden Fall eine Abstimmung sein. Ich würde euch mal auf die Wahrheit die einzutragen. Und, ja. Lol. Ganz crazy. Aber das mit, also ich finde das komisch, dass der Skill aus dem Team ist. Die haben ja dann die Gangwatch-Launcher gemacht und die wollten uns messen, normalerweise. Oh, der Headshot. Alter. Da. Was von dem? Neutral. Die Zox ist jetzt hoch. Was ist das für eine Challenge? 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 Eigentlich müsste ich das machen. Aber ja, ich lasse noch die Live-Contain-Rehofer. Ich hab' nicht geschaut, was man macht. Vielleicht noch dann. Und 34 zu 9. Alter, war ich in der Low-Lawie. Echt. Sorry dafür, dass das Loot-Bashing war, aber das war im Standard-Train. Da kann ich echt nichts dafür. Ähm. Also. Nichts vergessen, in die Abstimmung reinzuschauen. Da bleibt mir da extrem viel Mühe gehen. Äh. Äh. Die zu starten. Ähm. Und. Ja, also. Ich bedanke mich jetzt hier nochmal dafür, dass wir die 200 Abos geknackt haben. Ja. Und. Ja. Special weiß ich jetzt nicht, ob ich irgendwas machen soll. Ähm. Achja, genau. Ich wollte ein neues Format machen. Gehen wir zurück kurz raus. Ähm. Ich wollte ein neues Format machen. Das würde ich dann so nennen. Äh. So eine Art von. Was hältst du von? Irgendwie so etwas. Hab ich mir da gedacht. Dass ihr. Demon. Oder. Ja. Demon halt. Äh. In die Kommentare schreibt. Welch. Äh. Was ich denn davon halte. Also. Also. Im Prinzip jetzt. Ihr schreibt rein. Was hältst du von Hackern im Skill? Aber ich hab nicht. Hab ich noch nie gesagt. Ähm. Und. Ich mach dann ein Video drüber. Wenn es. Also ihr liked dann die Kommentare hoch. Oder runter. Beziehungsweise suchst mir dann natürlich auch aus. Wenn es so ein richtig scheiß Ding ist. Keine Ahnung. Was hältst du von. Den. Wurmarten im Amazonas. Dann. Werde ich das wahrscheinlich eher nicht wählen. Und. Keine Ahnung warum. Weil wir auf Probenarten vom Amazonas kommen. Das ist auch irgendwas. Da muss ich mal zum Ausgehen. Ähm. Ja. Also. Das weiß hältst du von. Äh. Würde ich auf jeden Fall gerne einfügen. 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 Und. Ja. Also ihr könnt schon gerne Themen unten in die Kommentare schreiben. Ihr müsst auch bei der Abstimmung dabei sein. Wenn es auch keine Abstimmung ist. Ähm. Ja. Ihr habt richtig viel Arbeit Leute. Äh. Liken dürft ihr natürlich auch gerne. Aber das ist eigentlich kein Muss. Das ist Schreiben. Ja. Gut. Ich bedanke mich. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.